Musik Dieses Tutorial soll euch damit vertraut machen, wie ihr beim Filmen von Personen für eine richtige Beleuchtung sorgt. Es werden verschiedene Varianten von Lichtführung gezeigt. Zunächst das korrekte Beleuchten einer Person. In diesem Zusammenhang wird die Benennung der einzelnen Scheinwerfer und deren Auswirkungen auf das Bild erklärt. Davon ausgehend erläutern wir die Drei-Punkt-Beleuchtung. Anschließend werden jedoch auch Situationen besprochen, in denen mehrere Personen aufgezeichnet werden sollen, wie beispielsweise bei einem Interview. So werden hier auch die Außen- und Innenführung, die Überkreuzführung und die Frontalführung erläutert. Das Führungslicht ist das eigentliche Hauptlicht der Beleuchtungssituation, denn es gibt den Schattenwurf vor. Somit ist es maßgeblich für das Erkennen von Formen und Strukturen. Es wird schräg von vorne auf die Drehsituation gerichtet und meistens mit hartem Licht realisiert. Das heißt, es werden starke Schattenlinien erzeugt, was für einen prägnanteren Eindruck sorgt. Gegenspieler des Führungslichtes ist das Aufhelllicht. Die wichtigste Aufgabe dieses Lichtes ist es, die vom Führungslicht verursachten Schatten zu verringern und den Kontrastumfang des Bildes zu steuern. Das Aufhelllicht wird wie das Führungslicht meist schräg von vorn auf die Drehsituation gerichtet. Es sollte jedoch auf der anderen Seite der Kameraobjektachse liegen als das Führungslicht, denn nur so können die vom Führungslicht verursachten Schatten effektiv reduziert werden. Für ein Aufhelllicht wird oftmals eine sogenannte Softbox vor dem Scheinwerfer montiert. Diese Softboxen bestehen aus einer innen mit reflektierenden Materialien beschichteten Wanne, an deren Vorderseite lichtdurchlässige Folie oder Stoff befestigt ist. Die Softboxen sorgen für ein diffuseres Licht. Somit wird die Person gleichmäßiger angestrahlt, ohne einen starken Schattenwurf zu erzeugen. Das Spitzlicht sorgt dafür, dass sich die Person besser vom Hintergrund abhebt. Durch das Betonen der Konturen gewinnt das Bild an Tiefe, da die Person nicht mehr auf dem Hintergrund klebt. Meist wird hierfür hartes Licht eingesetzt. Eine diffuse Lichtquelle ist jedoch auch denkbar. Das Spitzlicht wird schräg von hinten auf die Person gerichtet. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass kein Streulicht ins Objektiv der Kamera fällt. Deshalb ist es ratsam, den Scheinwerfer möglichst hoch anzubringen, damit er die Person aus Spitzenwinkel anstrahlt. Gerade beim Spitzlicht kann auch eine Lichtblende vor dem Scheinwerfer montiert werden. Durch die vier Klappen der Lichtblende lässt sich der Lichtwurf formen. Somit kann man das Licht des Scheinwerfers noch besser ausrichten. Durch den Einsatz einer Lichtblende für das Spitzlicht kann man dafür sorgen, dass das Spitzlicht tatsächlich nur die gewünschten Partien beleuchtet. Diese drei Lichter zusammen bilden die klassische Drei-Punkt-Beleuchtung. Sie besteht also aus Führungslicht, Aufhelllicht sowie dem Spitzlicht. Die Drei-Punkt-Beleuchtung kann durch ein Hintergrundlicht, das auch Raum- oder Grundlicht genannt wird, ergänzt werden. Zum einen lässt sich hiermit der Kontrastumfang des Hintergrundes an den der Person im Vordergrund angleichen. Zum anderen können aber auch wichtige Details des Hintergrundes hervorgehoben werden, ohne die Person selbst anzustrahlen. Im nächsten Abschnitt werden drei verschiedene Varianten von Lichtführungen zur Beleuchtung von Interviewsituationen erläutert. Hierzu gehören die Innen- und Außenführung, sowie die Überkreuz- und die Frontalführung. Die Innenführung führt dazu, dass aus der Sicht der Kamera die längere Gesichtshälfte beleuchtet ist und somit Gesichts- und Nasenschatten weitgehend vermieden werden. Jede der zwei Personen hat hierbei ein eigenes Spitzlicht sowie ein Führungslicht. Wie auch bei der Drei-Punkt-Beleuchtung werden bei der Innenführung die Spitzlichter von der Kamera ausgesehen hinter den Personen aufgestellt. Die Führungslichter jeweils links und rechts der Kamera, wobei das linke Licht die rechte Person beleuchtet und umgekehrt. Ein Auffälllicht mit einem Diffusor, das in der Nähe der Kamera aufgebaut ist, sollte reichen, um die jeweiligen Schattenwürfe der beiden Führungslichter auszugleichen. Bei der Außenführung wird aus der Sicht der Kamera die kurze Gesichtshälfte beleuchtet, also die der Kamera abgewandte Seite. Dadurch erhält man spannendere Bilder, sodass diese Art der Lichtführung hauptsächlich bei szenischen Inszenierungen angewandt wird. Das Spitzlicht der einen Person ist gleichzeitig das Führungslicht der anderen. Beide Lichter jedoch werden hinter der Handlungsachse, also von der Kamera ausgesehen, hinter den Personen aufgestellt. Der Vorteil dieser Variante ist, dass nur wenige Scheinwerfer eingesetzt werden müssen. Eine weitere Beleuchtungsmethode ist die Überkreuzführung, bei der bei beiden Personen der Beleuchtungsschwerpunkt auf der jeweils gleichen Gesichtshälfte liegt. Durch diese Form der Beleuchtung entsteht bei Schnitten ein größerer Kontinuitätseindruck. Hierbei ist jedoch auch ein starker und bewusster Einsatz von Lichtblenden nötig, um durch den jeweiligen Scheinwerfer wirklich nur das zu beleuchten, was auch beleuchtet werden soll. Bei der Positionierung ist darauf zu achten, dass nur ein Führungslicht sich auf der Kameraseite der Handlungsachse befindet. In unserem Beispiel beleuchtet das linke Führungslicht die linke Gesichtshälfte der rechten Person. Das zweite Führungslicht befindet sich, wie auch die Spitzlichter, hinter den Personen. Es beleuchtet von rechts aus die linke Gesichtshälfte der linken Person. Die Frontalführung wird meist bei Moderation im Studio mit nur einer zu beleuchtenden Person eingesetzt. Der Vorteil dieser Variante ist, dass selbst bei Bewegungen, beispielsweise des Kopfes oder anderer Körperteile, diese stets gleichmäßig ausgeleuchtet sind und kaum Schatten produzieren. Durch die starke Beleuchtung wirkt die Person jünger, das Bild jedoch auch sehr flach. Das Führungslicht strahlt aus Richtung der Kamera auf die Person. Links und rechts befinden sich hier ein Auffälllicht, während die Spitze von der Kamera aus gesehen direkt hinter der Person ist und diese von hinten anstrahlt. Um auch bei Tageslicht eine Szenerie mit Scheinwerfern auszuleuchten, ist der Einsatz von Tageslichtfiltern sinnvoll. Diese Filter werden vor den Lampen montiert und sorgen für eine Angleichung der Farbtemperatur. Außerdem können sogenannte Diffusorfilter vor dem Scheinwerfer angebracht werden. Diese haben eine ähnliche Wirkung wie eine Softbox. Durch eine stärkere Streuung des Lichtes werden die Schatten weicher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017